Oh, schlimm. Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Schon mal ein heftiges Zitat. Würde ich jetzt tatsächlich der Nazi-Zeit zuordnen. Aber wer das jetzt geäußert hat, kann ich leider jetzt nicht irgendwie zuordnen. Und warum würdest du es der Nazi-Zeit zuordnen? Allein schon wegen der Wortwahl würde ich halt einfach denken, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Wobei die Welt ja schon in Bewegung ist. Also könnte auch von heute sein. Aber wenn ich jetzt einfach das Objektiv betrachte, würde ich sagen, kommt aus der Nazi-Zeit. Ist eine krasse Aussage. Ich würde sagen, ist von damals. Dann schauen wir mal. Oh, schlimm. Oh, das klingt sehr problematisch. Ja. Ich persönlich würde eher sagen, NS-Zeit. Kann halt beides sein, ne? Könnte ich mir damals vorstellen, aber auch heute. Wer würde das heutzutage so sagen? In welchem Kontext? Das frage ich auch gerade. Politik halt. Würde ich jetzt einfach mal machen. Ja, Politik, ja. Also das Ding ist halt, es gibt immer so rechtsextreme Gruppen, die sowas behaupten würden. Damals als auch heute. Die Frage ist halt nur, inwiefern das der Allgemeinheit entspricht. Ob die Allgemeinheit diesen Satz unterschreiben würde. Ja. Schauen wir mal. Ansonsten, was wir imenswerten? Ach so. Ich fühle mich.